Hey und willkommen zu einem neuen englisch video ihr habt euch participles gewünscht ihr bekommt participles und damit herzlich willkommen zu diesem video denn heute geht es um die bildung der partizipien im englischen wir sprechen über das present participle über das past participle und das perfect participle alles wichtige was ihr dazu wissen müsst erfahrt ihr jetzt im englischen kann man zwischen drei verschiedene arten von partizipien unterscheiden klingt komisch ist es aber nicht man unterscheidet nämlich zwischen present participle past participle und perfect participle neben der reinen verwendung der participles für die unterschiedlichen zeiten nutzt man sie aber auch um sätze zu verkürzen fangen wir nun einmal an mit dem present participle was ihr vermutlich intuitiv schon richtig gemacht habt denn damit wird die normale ink also ing form gemeint die ihr zum beispiel beim gerundium bei den verlaufsformen dem progressive also oder für adjektive verwendet einfach nur ein ink anhängen geht nur leider nicht immer denn auch hier gibt es wieder ein paar besonderheiten ja auch für sowas gibt es regeln das e am ende des stammes fällt weg dann wird zum beispiel aus kam coming b das die am wortende wird zu y auch wenn es komisch aussieht so wird aus rei zum beispiel reing mit y c das l nach vokalen wird verdoppelt so wird aus travel traveling also mit doppel l merke a e i o u das sind vokale alles andere schimpft sich konsonant und die last but not least endkonsonanten werden nach einem kurzen betonten vokal verdoppelt so wird zum beispiel aus sit setting also haben wir hier auch wieder ein doppel t das sind alles ganz fiese gemeinheiten bekommen man aber natürlich auch mit der zeit in sprachgefühl puh kaum haben wir das present participle geschafft kommen wir schon zum past participle das past participle wird in allen perfekt zeiten gebraucht als auch für adjektive und beim passiv die unregelmäßigen verben findet man in der dritten spalte der verb tabellen zum beispiel hinten in eurem englisch buch ich würde es euch gerne vereinfachen aber die müsst ihr leider auswendig lernen die regelmäßigen werben werden mit einer idee endung gebildet fall nummer a endet das verb auf einem e so wird nur ein d angehängt so weit so einfach so wird aus love zum beispiel loved also mit idee b y nach einem konsonant wird zu i so wird aus hurry zum beispiel hurried und dann haben wir noch einen dritten fall und zwar c der endkonsonant nach einem kurzen betonten vokal beziehungsweise ein l nach einem vokal wird verdoppelt so wird ebenfalls aus travel travel mit doppel l oder aus admit admitted mit doppelt t kommen wir nun zur letzten art der partizipien den perfect party seppelt die partizipformen beim perfect participle werden genauso gebildet wie beim past participle beim aktiv nutzt man das hilfsverb having plus die past participle form zum beispiel having cooked beim passiv hingegen wird die konstruktion having been plus past participle genutzt ein beispiel wäre hier having been cooked okay das kann ja noch nicht alles zum perfect party seppelt gewesen sein oder nee da kommt noch mehr die besonderheit des perfect party seppelt liegt im gebrauch denn das perfect party seppelt wird nur verwendet um zwei sätze zu verkürzen oder um diese miteinander zu verbinden wichtig dabei ist dass in beiden sätzen das gleiche subjekt vorkommt und das nach einer bereits abgeschlossenen handlung eine weitere eintritt nehmen wir uns mal ein beispiel sandra board ticket and drove home sandra board ticket ist hier die abgeschlossene handlung and drove home ist hier die handlung also having board ticket sandra drove home wichtig dabei ist auch dass sich eine handlung über einen längeren zeitraum erschließt bis die nächste handlung eintritt beispiel sandra hat been living in ireland for a very long time that she didn't want to move to the usa having lived there for a very long time sandra didn't want to move to the usa und das war's mit diesem video ich hoffe es hat euch geholfen mehr englisch grammatik themen findet ihr in der gesamten playlist dazu dürft ihr gerne hier links klicken oder unten auf den link in der video beschreibung und wenn euch das video gefallen hat freuen uns sehr wenn ihr den kanal abonniert und wir uns beim nächsten video wiedersehen alles gute bis dann viel erfolg und ciao